Ja, ist nicht wahr. Natürlich. Ja, die falsche Übersetzung. Ja, die deutsche Sprache haben sie ein bisschen falsch übersetzt. Okay, da haben wir das jetzt auch geschafft, haben wir jetzt auch die Ernte. Gehen wir mal zu der und schauen wir mal, reden wir mit dir. Der Baum ist jetzt eingepflanzt. Ich hoffe, der wird richtig groß. Wenn du dich gut um ihn kümmerst, wird er bestimmt riesengroß. Ich werde ihn jeden Tag gießen, ja, ja. Also gut, Coa. Möchtest du ein neues Rezept lernen? Möchtest du ein neues Rezept lernen? Wir machen heute Orangenmarmelade. Das Rezept ist sehr einfach. Geh nach Hause in die Küche und bereite sie zu. Zucker erhalten. Du hast ein neues Rezept, Orangenmarmelade. Akzeptieren. Orangenmarmelade akzeptiert. Eigentlich esse ich nur Schwarzkirsche. Ich esse wirklich gerne Schwarzkirsche. Also das ist, ja, ich esse auch andere Marmelade, aber Lieblingsmarmelade ist Schwarzkirsche. Das ist wirklich, das ist ziemlich speziell, aber ich esse Schwarzkirsche. Zum Frühstück gerne aufs Nutella-Brötchen. Ja, nein, nicht mit oben drauf auf die Nutella, aber, ja. So, ähm, Küche. Orangenmarmelade. Ähm. Orangenmarmelade. Sehr gut. Die Marmelade ist lecker. Ich werde, ja, ja, etwas davon abbringen. Na dann. Dann bringen wir ihr was. Haben wir jetzt Marmelade im Inventar oder was? Oh, wo ist sie hin? Ah, da unten. Geht sie schon fischen. Ist sie angeln gegangen. Sie haben auch einen hübschen Steak. Nicht ein Steak, sondern ein Steak. Mit einem Schiff dran, mit einem Kutter. Hallo. Ich hab hier ein bisschen Marmelade. Ja, ja. Probier mal die Marmelade. Oh, es gibt Fisch zu haben dessen. Es kommt drauf an, ob sie anbeißen oder nicht. Wir werden sehen. Hast du Lust, den leckeren Fisch zu kochen? Dann hör bitte zu. Ich geb dir das Rezept. Du brauchst einen frischen Rotflossen-Wels. Dann schneidest du ein paar Karotten. Hm. Warum kommen die Piraten vorbei? Und dann fielen wir... Hey, ja, ja. Warum kommen nie Piraten hier vorbei? Bitte hast du mir zugehört? Ich kann sie vom Berg auch sehen. Sie bleiben immer weit weg und kommen nie hierher. Vielleicht, weil es für sie hier nichts Interessantes gibt. Unsere Insel ist winzig. Da gibt es nicht viel zu entdecken. Aber wir haben das Tor und die Quelle. Neo und Nao. Unsere Insel ist wunderschön. Ja, stimmt. Wir pflegen die Insel ja nicht für andere. Wir pflegen sie, weil es wichtig ist. sich um sie zu kümmern. Und auch wenn ich manchmal weggehe, komme ich immer wieder zurück. Wegen die Haut und so raus. Und selbst wenn ich einmal weg bin, kann ich nicht aufhören, an die Insel zu denken. Unser Zuhause ist ein Spiegel dafür, wie wir über uns selbst denken. Wir müssen uns doch selbst gern haben. Nicht wahr? Das stimmt. Und worüber haben wir geredet? Im Saat dessen? Ach ja, aber wo war ich denn geblieben? Nun, es ist nicht so wichtig. Es wird langsam spät. Tor. Ich brauche Treibstoff für das Boot, für den Tank und bringe ihn zum Anlegerplatz. Natürlich mit einem Haku. Also doch nicht Fisch zu behalten. Hartz-Schwimmer. Ich habe nur Treibstoff von der Quelle am Tor der Wächter. Und bringe sie zu Jaka-Haku. Ja, ja, Haku. Akzeptieren. Okay, ähm, Quelle und... So weiter. Treibstoffbesorgung. Okay, ich glaube, die ist da drüben. Da waren wir schon hier. Richtung Mine. Ich vermute, da müssen wir hin. Ist meine Vermutung dahingehend richtig? Das könnte hier doch glatt eine Quelle sein. Hinein hier. Hier gibt es Mineralien. Ich brauche einen Hammer. Okay, da müssen wir erstmal einen Hammer besorgen. Er hat gesagt, in der Schülle gab es früher viele Möse. Aber jetzt sind sie weg. Ah, okay. Ist das da drüben die Quelle, zu der wir hinwollen? Das sieht fast aus. Da sollten wir vielleicht mal die Werkzeuge ablegen. Älter Tank. Älter Tank. Ich habe den Tank hier aufgefügt. Sehr gut. Kommen wir nicht um das Tor. Seid vor, ist nicht mit dem Tor. Blablabla, die Tür. Okay, okay, okay. Die Tür kann man auch nicht öffnen. Es wird wahrscheinlich noch kommen. Das sieht ja ganz mysteriös aus. Das Tor dort. Vielleicht im späteren Spielverlauf nochmal drauf zu sprechen kommen. So, hier mal zurück. Zurück des Weges. Ich brauche einen besseren Hammer. Ja. Gesternsabbau ist jetzt noch nicht angesagt. Das müssen wir mal zurück zu Ja, ja. der mal hier ein bisschen erstmal Schwein füttern. Fütter. Braves Schweinchen. So. Da ist Jaja. Wo ist Jaja? Ah, hier am Kutter. bringen wir jemanden den Treibstoff damit sie sich mal um ihr Boot kümmern kann. Dann gibt es Fisch zum Abendbrot. So, und pass auf dich auf, Jaja. Weißt du noch, warum ich dich gebeten hatte? Wonach hast du mich gefragt? Schokolade. Schokolade. Wenn du hierbleiben willst, kann ich das Boot nehmen und wegkaufen. In ein paar Jahren kannst du mich vielleicht in die Stadt begleiten. Das wäre sehr gefährlich. Versuche, nie allein mit dem Boot hinaus zu fahren. Was ist mit dir? Naja. Also schön. Ich erinnere, die allein zu fahren. Ähm. Was? Ähm. Hilfe. Ich ertrinke. Haut es einfach ab. Ich finde Jaja ein Abendessen kochen und sie überraschen. Am besten probiere ich so ein Griffisch-Rezept aus. Mal sehen. Erstmal muss ich eine Rotflossenwels in dem Teich fangen. Jaja hat ihre Angel mitgenommen. Ich mache mir in der Werkstatt einfach eine eigene. Ich brauche nur ein paar Materialien. Du hast ein neues Rezept für das Werkzeug im Wasser gefunden. Ein Angel. Neue Quest. Angel bauen. Sehr gut. Ähm. Erstmal ein Landtier. Unsere Klamotten trocknen. So. Na dann. Machen wir uns eine Angel. Und gehen mal Abendessen angeln. So muss das sein. In der Natur sich selbst ernähren. Oh, was ganz toll ist. Können wir hier schon ernten? Wahrscheinlich noch nicht. Okay, ernten. Ernten. Hm. Okay, sieht noch nicht so aus. Schlüsse für die Truhe haben wir noch nicht. Na dann. Küche. Da brauchen wir erstmal einen Holzstab. Okay. 0,5. Harzschwimmer. Hölz haben wir schon. Da brauchen wir erstmal Harzschwimmer. Da haben wir schon alle ausgegeben. Bäume fällen. Bäume fällen. Gucken wir da jetzt auch neue Pinienkerne, die wir sammeln können, oder wie sieht das jetzt aus? Ähm. Ja, ich habe hier da war glaube ich sowieso kein Harz mit dabei. Es fällen mal vor allem Bäume, ohne was Neues zu pflanzen. Na gut. War ich eh von Anfang an dagegen. Jai, Harz. Das brauchen wir. Eins erst. Ich glaube wir brauchen drei, oder wie war das Rezept? Ja, für die Küken habe ich gerade nichts zum Füttern. Tut mir leid, ihr Lieben. Ich muss jetzt hier angeln gehen. Ähm. Ja, ja, ja. Ähm. Ist das jetzt verpufft, oder? Ah, verdammt. Nein. Ich brauche das Harz. Die Küken stehen nicht im Weg. Warte, sind die despawned. Das ist doch skandalös hier. Das fläche der ganzen Welt ab und dann habe ich nichts mehr übrig. So, nehmen. Nicht despawnen lassen. Oh, Explorer. Jetzt kriege eine Errungenschaft nach der nächsten. So, schauen wir mal, ob das schon reicht, ob wir hier schon nehmen können. Die Harzschwimmer, die wir jetzt hier genommen haben. Küche. Ne, das war die Werkstatt erstmal hier. Das Harzschwimmer. Harzschwimmer. Müssen wir erstmal Harzschwimmer rausmachen. Harzschwimmer. Fünf Harzschwimmer. Aha, verstehe. Und jetzt Werkzeug. Großartig. Hölzstart akzeptiert. Fisch hat ein paar Grotten. Okay. Ich muss doch erstmal der Kaffisch akzeptieren. Geht zum See und Angeln. Okay, war es das schon? Ich dachte, ich muss noch einen Haken. Da ist noch irgendwo ein Haken. Fisch habe ich Wurm habe ich schon. Ich habe noch keine Angel. Ich muss doch erstmal noch oder habe ich schon eine Angel? Das wird mich stark wundern. Werkzeuge, keine Rezepte, Werkstatt, Küche. Na gut, dann gehen wir erstmal angeln, wenn du das Spiel das meinst. Dann machen wir das so. Hops. Hops, Hops. Den Sprintknopf habe ich noch nicht gefunden. Da hänge ich gerade ein bisschen fest. Hops, Hops. So, können wir jetzt schon angeln oder ist das noch nicht möglich? Angeln gehen. Sehr gut. weh. 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 Da ist Müll geangelt. Großartig. Ein Stiefel. Okay. Wie läuft das hier? Ah, verstehe. Okay. Ah, verdammt. Was ist jetzt hier mit dem Fisch? Nice. Jetzt haben wir einen Fisch. Reicht das jetzt schon zum Essen oder was brauchen wir hier noch? Ja, ich öffne mal dieses Menü, dieses Pausenmenü, in welcher die Bedienung noch nicht so ganz hundertprozentig gecheckt habe. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob das jetzt schon reicht, um das Abendessen zubereiten zu können. Die Pinienkern ist angepflanzt. Nappen betreten. In Dattelkitzchen. Akzeptieren. Lecker Fisch. Das sieht nicht wirklich lecker aus. Ich hoffe, dass es wenigstens essbar ist. Oh nein. Wenn es zu dunkel wird, findet Jaja nicht mehr zurück. Ich muss das Feuer auf dem Berg anzünden, damit es den Weg findet. Ich brauche auch nur eine Fackel. Das ist einfach. Jaja hat mir beigebracht, wie man eine macht. Ich glaube, ein bisschen Holz ist genug. Du hast ein neues Rezept für ein Werkzeug. Fackel. Fackel akzeptiert. Ja. Akzeptiert. So Fackel. Jo. Sehr gut. Fackel gebaut. Gut, die Fackel ist fertig. Ich muss vorsichtig sein. Feuer ist gefährlich. Ah, es wird dunkel. Es ist Zeit, das Feuer auf dem Berg anzuzünden. Gut, dass ich daran gedacht habe. Du bist so gewissenhaft Coal. Neuquests sind das Feuer auf dem Berggipfel an. Es dürfte doch ein leichter sein. Das kriegen wir hin. Berggipfel ist da oben. Da haben wir erstmal hin. Sprintknopf. Haben wir noch nicht gefunden. Ja, sachte. Oh, hier ist schon abends gewohnt. Sehr gut. Immer noch sehr hübsche Atmosphäre. der Felder deutet schon dahin. Hier muss ich hin. Hier muss ich mehr Feuer mitnehmen wahrscheinlich. Okay. Fackel. Oha. Heiß ist heiß. heiß. Ich bin sicher, dass ich die Spitze rechnen kann, wenn ich wirklich schnell renne. Wie schnell rennen? Ich weiß nicht, wie schnell rennen geht. Dann habert es schon. Geht die Fackel aus, oder was? Ja, ist schön scheiße. Ah, Fackel ist aus. Sie müssten den Sprint backen können. Das sah fast schon wie Sprinten aus. Sprint Knopf, Sprint Knopf, Sprint Knopf. Das ist jetzt wieder hier eine Mission. Nicht näher renne. Sprint Knopf. Okay. Enter öffnet auch das Inventar. Ja, gut. Sprint Knopf, Sprint Knopf. Wo bist du? Letzten das Feuer auf den Berg an, das ist leichter getan, als gesagt. Äh, gesagt, als getan. Also, ohne Sprint Knopf schaffen, kann man das nicht. Bedien Elemente Laufen. Das könnte damit gemeint sein. Ah, natürlich. Sehr gut. So, Facke nehmen und keine Zeit vernichern und lauf, lauf ein kleines. Wo fahrtest du? Let's go. Verdammt. Das wird doch nix. 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 Ich sprint hier. Ich sprint hier. Ich bin schon fast oben. Ich bin schon fast da. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Da ist das Feuer. Hm. Sehr gut. Ähm, können wir runterholfen? Äh, nee, das wollen wir nicht. Das sind wir falsch. Da müssen wir nochmal durch die Mühle durch. Ja, Garant in Ruhe, ganz gechillt. Wir sind ja nicht auf der Durchreise. Wir haben Zeit. Das ist ein ganz bequemes sommerliches Spiel. Wir lassen uns jetzt Zeit. Kein Gestresse hier. Und jetzt gut, jetzt kommt schon. Ja, die Steuerung hier ist ein bisschen das ist das Kante hier. Das ist das ist das liegt ja auch noch Fels im Weg. Und dann springt das kann das doch nicht werden. Ich verrenge mich hier. Und das ist hoffnungslos. Da muss jetzt erstmal die Helfinger richtig verrenken können. So, hier ist die Taste zum Sprinten. Hier ist W-A-S-D Schauen wir mal. Ja, vielleicht kommt das ein bisschen an. Kriegt man hin. So, die Steuerung ist schuld. E und jetzt W-A-S-D und die Sprinter. Ja, komm, ja, komm, ja, komm, ja, komm. Und hoch mit dir. Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Auf meinem Weg ist auch noch mal eine Fackel. Kann das sein? Verdammt. man kann's glaube ich schaffen, das ist möglich. Ist das wahr, hier eine Fackel ist? Na dann. Nach. Ja, gut, da können wir sich ja mal Zeit lassen. Sehr gut. Ich glaube, ich kann Jaya von hier aus sehen. Ich bin froh, dass sie sicher angekommen ist. Ich hoffe, sie hat mir einen Schokolade mit gebracht. Na dann. Bank anzünden. Ach, schade. Ich mache mal ein kurzes hübsches Foto. Sehr toll. Screenshot gemacht. Sehr schön. Ich gehe mal wieder runter. Ach ja, ganz entspannt. Müssen wir nicht sprinten. Obwohl, müssen sprinten. Oh, tops. Oha. Ja, ganz in Ruhe. Es ailt ja nicht. Obwohl, ich tante es da. Holen wir sie ab. Schokolade. Hallöchen, hast du was mitgebracht? Jaja, hast du mir Schokolade mitgebracht? Die habe ich vergessen. Wie schade, Jaja. Hätte ich das gewusst, hätte ich kein Abendessen gekocht. Du hast Abendessen gekocht. Ja, das Fischrezept, das du so gerne magst. Es ist nicht sehr gut geworden. Es hat mich nicht besonders inspiriert. Das ist schon in Ordnung. Es tut mir leid, Jaja. Keine Sorge, Qua. Es war dein erster Versuch. Das ist normal. Talent muss gefördert werden. Übung, mach den Meister. Und der erste Pfandkuch. Ja, der ist immer verbrannt. Fürchte dich niemals davor zu scheitern oder falsch zu gehen. Mach einfach morgen wieder Abendessen. Dann übermorgen und über 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 bis alles klappt. Lauf niemals vor deinen Fehlern davon. Nächstes Mal mache ich es besser. Ganz genau. Komm zum Tor, der Wächter. Warum? Ich möchte dir etwas sagen. Man nimmt zuerst den Schlüssel und hole mir die Kristallkohle aus meiner Truhe. Aus deiner Truhe? Ja. Du hast mir noch nie erlaubt, in deine Truhe zu schauen. Heute machen wir eine Ausnahme. Wir treffen uns am Tor. Schlüssel nehmen den Kristall aus der Truhe von Jaja heraus. Wird gemacht. Ich beeile mich auch ein bisschen. Bergkang hoch und stein verstecken bleiben. Jo. Ja gut, laufen wir mal bequem. Sehr schön. Die Truhe, da können wir jetzt heran. Können wir mal reingucken. Ah, hier ist der Kristall. Die Truhe ist voll mit Kleinigkeiten von mir und eine Menge Briefe und Papier. Haku bewahrt alles auf, aber nichts wertvolles. Ich werde dir den Kristall bringen. Treffe dich mit Haku am Tor der Wächter. Akzeptiert. Na dann, na dann. So, na komm. Jetzt mal ein bisschen zackig. Zack, die Dusse hier mal rüber zum Tor. Das war noch hier drin, hinter den Minen. Gehen wir durch hier. Zackig. Na komm, Jaja. Kristall. Was wolltest du mir sagen, Jaja? Erinnerst du dich an die Geschichte über die Wächter? Ja, daran erinnere ich mich. Sie beschützten das Meer und das Tor. Genau. Wann auch immer die Insel einer Bedrohung ausgesetzt war, versammelten sie sich hier und öffneten das Tor mit Hilfe der vier Kristalle. Öffnet sich das Tor irgendwann wieder? Nur wenn Maha große Gefahr ist. Sie wird sich öffnen, wenn die vier Kristalle hier wieder eingesetzt sind. Ich wünschte, ich könnte sowas sehen, was sich dahinter verbirgt. Jetzt ist dafür nicht der richtige Augenblick. Was ist mit den Wächtern geschehen? Sie sind nach und nach verschwunden. Nur wenige übergriffen ihr Werk. Das ist traurig. Ich glaube, dass die Welt durch die Zusammenarbeit wirklich den Leuten angetrieben wird. Siehst du den Spirale auf dem Tor? Die Punkte sind voneinander getrennt, aber die Spirale verbindet sie alle. Der Wind von Maha. Stimmt, so wie wenn du mich um etwas bittest und ich dir helfe. Ja, ganz richtig, auch wenn du das immer beklagst. Na ja, ich würde am liebsten nichts tun. Liegst du denn nicht gern einfach im Gras? Natürlich wäre du nicht, aber es ist jedoch jetzt sehr wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Wenn einer dieser Punkte verschwindet, würde alles zusammenbrechen. Es ist sehr wichtig. Pass auf, du musst anderen helfen, immer. Wie? Wie soll ich helfen? Indem du ihnen gibst, was sie brauchen, oder einen Samen entpflanzt? Jede Tat, so klein, wie sie auch erscheinen mag, kann andere nützen. Müssen wir allen helfen, selbst wenn sie gemein sind? Es gibt gemeine Leute, die verloren sind, und auch sie brauchen Hilfe. Aber es gibt auch Leute, die wirklich gemein sind. Wie kann ich die Unterschiede erkennen? Das erkennst du, wenn du ihnen in die Augen siehst. Lade sie zum Essen ein. Das sagst du oft? Ja, wenn Speise und Frank gewinnst du jedes Herz. Das stimmt, auch Kora. Vergiss nicht, es ist Zeit schlafen zu gehen. Jetzt schon. Der Tag ging aber wirklich schnell vorbei. Gute Nacht, kleine Wächterin. Korallenkristall. Okay, gehe zurück nach Hause und schlafe. Schon Schlafenszeit. Ich will aber nicht schlafen gehen. Mama, ich bin doch schon groß. Ich will noch nicht ins Bett. Dann lassen wir uns ja jetzt Zeit. Müssen wir jetzt ins Sprinten, um ins Bett zu kommen. Gehe zurück nach Hause und schlafe. Ja gut, es war ja ein angenehmer erster Tag auf dieser Insel. Scheinbar nicht der erste Tag vom Moor hier, aber zumindest der erste Tag von uns. Schweinestall. Da möchte ich nicht unbedingt drin schlafen. Gut, wir haben die halbe Insel gefällt, alle Bäume kaputt gemacht. Schauen wir mal dass wir hier Ich brauche einen besseren Hammer. Nein, du musst jetzt schlafen gehen. Hammer kriegst du wahrscheinlich morgen. So, rein ins Häuschen und jetzt wird geschlafen. schlafen? schlafen Oh, oh, oh. Piraten. Samal Mara. Ja, damit offiziell nochmal willkommen zu Samal Mara. Jetzt scheint es richtig loszugehen. Das Spiel kann losgehen. Da sehen wir ja schon keinen Teaser zum Spielen. Das sieht doch alles wunderschön aus. Da wartet ja was auf uns. Was Großartiges. Erwartet uns. In der Bödenik. Irgendwann schafft freigeschaltet. Nichts. Nicht ein einziges Piratenschrift in Sicht. Und ich bin am Verhungern. Ich würde mit einen Brombeersaft zum Frühstück machen. Ich würde meinen Brombeersaft zum Frühstück machen. Ich hoffe, Sie sind schon reif genug für die Ernte. Neue Questsammler ein paar Beeren und will den Bösen im Saft herzustellen. Ich setze mich erstmal hin und mache eine kleine Aufnahmepause. Das habe ich jetzt erstmal nötig. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis wieder. Bis castell. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.